P.D. James – Der Mistelzweigmord Zu den kleineren Irritationen im Leben eines erfolgreichen Kriminalschriftstellers gehört die immer wiederkehrende Frage, und waren sie im wirklichen Leben auch schon mal in einen Mordfall verwickelt? Wobei Blick und Ton des Fragestellers mitunter zu verstehen geben, es könnte wohl nicht schaden, würde das Morddezernat der Metropolitan Police einmal in meinem Garten graben. Ich habe stets verneint, teils aus Diskretion, teils, weil die wahre Geschichte zu viel Zeit in Anspruch nehme und meine Rolle darin selbst aus der Distanz von 60 Jahren nur schwer zu rechtfertigen ist. Heute aber, als 80-jährige und einzige Überlebende jenes denkwürdigen Weihnachtsfestes von 1940, darf ich sie wohl getrost erzählen und sei es nur, mir selbst zu gefallen. Der Mistelzweigmord. So soll sie heißen. Misteln kommen darin nur am Rande vor. Aber ich hatte schon immer eine Schwäche für Alliterationen im Titel. Die Personalnamen sind geändert. Zwar ist niemand mehr am Leben, der sich bloßgestellt fühlen oder dessen Ruf Schaden nehmen könnte, doch warum sollte man auf das Ansehen der Toten weniger Rücksicht nehmen? Ich war 18, als es geschah. Eine junge Kriegerwitwe. Mein Mann war zwei Wochen nach unserer Hochzeit gefallen. Einer der ersten Piloten der Royal Air Force, die im Einzeleinsatz abgeschossen wurden. Danach meldete ich mich als Luftwaffenhelferin. Zum einen, weil ich mir einredete, dass Alistair sich darüber gefreut hätte. Vor allem aber aus dem Bedürfnis heraus, in einem neuen Wirkungskreis mit neuen Pflichten meine Trauer zu lindern, was jedoch nicht gelang. So ein schmerzlicher Verlust ist wie eine schlimme Krankheit. Entweder man stirbt daran oder man überlebt. Und heilen kann sie nur die Zeit, nicht aber ein Tapetenwechsel. Den Ausbildungskurs absolvierte ich wild entschlossen, bis zum Ende durchzuhalten. Doch als sechs Wochen vor Weihnachten die Einladung meiner Großmutter kam, sagte ich erleichtert zu. Damit war ein Problem gelöst. Ich hatte keine Geschwister und mein Vater, ein Arzt, war trotz seines fortgeschrittenen Alters freiwillig als Rekrut zur Sanitätstruppe gegangen. Meine Mutter hatte sich nach Amerika abgesetzt. Zwar hatten etliche Schulfreunde, darunter auch einige im Militärdienst, mich zu sich nach Hause eingeladen, aber ich fühlte mich nicht einmal den gedämpften Festlichkeiten einer Kriegsweihnacht gewachsen und fürchtete, ihnen und ihren Familien die Feiertage zu verderben. Außerdem war ich neugierig auf das Haus, in dem meine Mutter aufgewachsen war. Mit der eigenen Mutter hatte sie sich nie verstanden. Und nach ihrer Heirat kam es endgültig zum Bruch. Ich war meiner Großmutter nur einmal als Kind begegnet und hatte sie als eine furchterregende, scharfzüngige Frau in Erinnerung, die junge Leute nicht besonders mochte. Aber jetzt war ich nicht mehr jung, außer an Jahren. Und was ihr Brief in dezenten Andeutungen verhieß, ein warmes Haus mit prasselnden Kaminfeuer, nahrhafte Kost und guten Wein, Ruhe und Frieden, war genau das, wonach ich mich sehnte. Weitere Gäste waren nicht vorgesehen. Aber mein Vetter, Paul, hoffte, an Weihnachten Urlaub zu bekommen. Ich hatte nur noch diesen einen Vetter und war sehr gespannt auf ihn. Paul war der jüngere Sohn des Bruders meiner Mutter und etwa sechs Jahre älter als ich. Nicht nur wegen der Familienfäde, sondern auch, weil seine Mutter Französin war und er einen Großteil seiner Kindheit in ihrer Heimat verbrachte, hatten wir einander nie kennengelernt. Sein älterer Bruder war gestorben, als ich noch zur Schule ging. Ich erinnerte mich dunkel an irgendein unrühmliches Geheimnis, das hinter vorgehaltener Hand kolportiert, aber nie gelüftet wurde. Wie Großmutter mir in ihrem Brief versicherte, würden außer uns dreien nur der Butler Seddon und seine Frau zugegen sein. Sie hatte sich die Mühe gemacht, einen Überlandbus herauszusuchen, der an Heiligabend um fünf Uhr Nachmittag von der Victoria Station abfuhr und mich bis zur nächstgelegenen Ortschaft bringen würde, wo Paul mich abholen sollte. Der entsetzliche Mord und der Stunde um Stunde in äußerster Spannung durchlebte traumatische Tag danach haben meine Erinnerung an Reise und Ankunft verwischt. Von Heiligabend sind mir eine Reihe unzusammenhängender, leicht surrealer Bilder, wie aus einem grobkörnigen Schwarz-Weiß-Film im Gedächtnis geblieben. Der verdunkelte Bus, der mit abgeblendeten Scheinwerfern unter einem schwankenden Mond durch die unbeleuchtete, öde Landschaft kriecht. Die hochgewachsene Gestalt meines Vetters, der mir an der Endstation aus dem Dunkel entgegentritt. Ich, in eine Wolldecke gehüllt, auf dem Beifahrersitz seines Sportwagens, während der Fahrt durch nachtschwarze Dörfer, die schemenhaft aus dem Schneegestöbe auftauchen. Eins aber sehe ich klar und wundersam vor mir. Meine erste Begegnung mit Studley Manor. Zuerst war da nur eine nüchterne Silhouette, die aus der Dunkelheit gegen den grauen, spärlich besternten Himmel aufragte. Doch dann trat der Mond hinter einer Wolke hervor und in sein weißes Licht getaucht, erschien das Herrenhaus ebenmäßig, schön und geheimnisvoll. Fünf Minuten später folgte ich dem kleinen Lichtkegel von Pauls Taschenlampe ins Portal mit seinem rustikalen Sammelsorium von Spazierstöcken, Derbenschuhen, Gummistiefeln und Regenschirmen und gelangte durch den Verdunkelungsvorhang in die angenehm warme, hell erleuchtete quadratische Halle. Ich erinnere mich an das mächtig lodernde Holzfeuer im Kamin, an die Familienporträts, das komfortable, aber schon etwas heruntergekommene Ambiente, sowie an die Stechpalmen und Mistelzweigsträußchen über Bildern und Türen, die den einzigen Weihnachtsschmuck darstellten. Meine Großmutter kam gemessenen Schrittes die breite Holztreppe herab, um mich zu begrüßen. Sie war zierlicher, als ich sie in Erinnerung hatte. Feingliedrig und so klein, dass sie nicht einmal an mich mit meinen knapp 1,60 Meter heranreichte. Doch ihr Händedruck war staunlich fest und ein Blick in ihre scharfen, klugen Augen verriet mir ebenso wie der gebieterische Zug um ihren Mund, den ich so gut von meiner Mutter kannte, dass sie immer noch zum Fürchten war. Ich war froh, hier zu sein. Froh, zum ersten Mal mit meinem einzigen Vetter zusammenzutreffen. Aber an einem Punkt hatte meine Großmutter mich getäuscht. Es gab nämlich noch einen zweiten Gast, einen entfernten Verwandten, der mit dem Wagen aus London gekommen und vor mir eingetroffen war. Roland Maybrick wurde mir vorgestellt, als wir uns vor dem Abendessen in einem Salon links von der großen Halle zum Aperitif versammelten. Ich mochte ihn auf Anhieb nicht und war meiner Großmutter dankbar dafür, dass sie nicht vorgeschlagen hatte, er solle mich in seinem Auto mitnehmen. Die grobe Taktlosigkeit, die er gleich bei der Begrüßung beging Du hast mir ja gar nicht gesagt, Paul, dass ich bei euch auf eine so hübsche junge Witwe treffen werde, bestätigte mein Vorurteil gegen diesen Typus Mann oder was meine jugendliche Intoleranz dafür hielt. Maybrick trug die Uniform eines Fliegerleutnants, aber ohne Pilotenschwingen. Wingless Wonders lautete unser Spitzname für diese Truppe. Er war dunkelhaarig, gut aussehend, mit vollen Lippen, unter einem dünnen Schnurrbart, mit amüsiert forschendem Blick und siegessicherem Auftreten. Männer seines Schlages waren mir nicht fremd. In Studley Manor hätte ich so jemanden allerdings nicht erwartet. Wie ich erfuhr, handelte er im Zivilleben mit Antiquitäten. Paul spürte vielleicht meine Enttäuschung darüber, nicht der einzige Gast zu sein und erklärte, die Familie sehe sich genötigt, eine wertvolle Münzsammlung zu veräußern. Roland habe man als Experten hinzugezogen, der die Stücke schätzen und einen Käufer dafür finden solle. Doch Maybrick war keineswegs nur an Münzen interessiert. Sein Blick schweifte über Möbel, Bilder, Porzellan und Bronzestatuen, die er mit langen Fingern befühlte und streichelte, als bezifferte er im Geiste schon ihren Preis. Und bei entsprechender Gelegenheit hätte er sich vermutlich nicht gescheut, auch mich zu betatschen und meinen Gebrauchtwert zu taxieren. Großmutters Butler und die Küchin, unentbehrliche Nebendarsteller eines jeden Landhausmordes, waren tüchtig und respektvoll, ließen jedoch keine rechte Weihnachtsstimmung aufkommen. Meine Großmutter hätte, sofern sie sich überhaupt Gedanken darüber machte, vermutlich jeden der beiden als treu ergebenes Faktotum bezeichnet. Doch ich hatte meine Zweifel. 1940 waren die Zeiten nicht mehr so wie früher. Mrs. Seddon wirkte überarbeitet und gelangweilt zugleich. Eine ungute Mischung. Während ihr Mann kaum den düsteren Groll desjenigen verhehlte, der weiß, wie viel mehr er als Rüstungsarbeiter auf dem benachbarten RAF-Stützpunkt verdienen könnte. Mein Zimmer gefiel mir. Das Himmelbett mit den verblichenen Vorhängen, der bequeme, niedrige Sessel am Kamin, der elegante, kleine Schreibsekretär, die mit Fliegendreck besprenkelten Drucke und Aquarelle. Vor dem Zubettgehen knipste ich die Nachttischlampe aus und schob den Verdunkelungsvorhang zurück. Hohe Sterne und Mondschein. Ein gefährlicher Himmel. Aber es war Heiligabend. Gewiss würden die Bomber heute Nacht nicht aufsteigen. Und ich stellte mir vor, wie überall in Europa Frauen die Vorhänge aufzogen und hoffend und bangend zum drohenden Mond emporblickten. Als ich früh am nächsten Morgen erwachte, lauschte ich vergeblich auf das Geläut der Kirchenglocken. Glocken, die 1940 nicht das Weihnachtsfest, sondern die Invasion angekündigt hätten. Tags darauf ging die Polizei diesen ersten Feiertag Minute für Minute so gründlich mit mir durch, dass ich mich auch 62 Jahre später noch an jede Einzelheit erinnern kann. Nach dem Frühstück kam die Bescherung. Für die reizende Brosche aus Gold und Emaille, die ich von meiner Großmutter erhielt, hatte sie offenbar ihre Schmuckkassette geplündert. Und Pauls Geschenk? Ein viktorianischer Ring mit einem von Staubperlen eingefassten Granatstein stammte vermutlich aus derselben Quelle. Ich brauchte mit meinen Präsenten nicht zurückzustehen. Im Dienste der Familienversöhnung trennte ich mich von zwei ganz besonderen Kleinoden. Einer Erstedition der Schrop-Galett-Gedichte für Paul und einer frühen Ausgabe von Grosmiths Diary of a Nobody für meine Großmutter. Und ich legte mit beiden Ehre ein. Rowlands Beitrag zur Weihnachtsration bestand aus drei Flaschen Gin, etlichen Päckchen Tee, Kaffee, Zucker und einem Pfund Butter, wahrscheinlich alles aus RAF-Beständen entwendet. Kurz vor Mittag erschien der örtliche Kirchenchor in arg gelichteter Formation, sang a cappella und peinlich falsch ein halbes Dutzend Weihnachtslieder, wurde von einer sehr ungnädigen Mrs. Seddon mit Glühwein und Minzpies belohnt und verschwand sichtlich erleichtert durch den Verdunkelungsschutz heim zum eigenen Festessen. Nach dem traditionellen Weihnachtsmahl, das um ein Uhr aufgetragen wurde, lud Paul mich zu einem Spaziergang ein. Warum er meine Begleitung wünschte, blieb unklar, denn er machte unterwegs kaum den Mund auf. Verbissen und lustlos, als gelte es, einen Geländemarsch zu absolvieren, stapften wir über die gefrorenen Furchen brachliegender Felder und durch Wäldchen, ohne auch nur einen Vogel. Es hatte aufgehört zu schneien, aber eine dünne, harsche Geschicht lag makellos weiß unter einem bleiernden Himmel. Bei Einbruch der Dämmerung kehrten wir um und näherten uns Dudley-Männer von der Rückseite. Wie ein großes, graues L hob sich das verdunkelte Anwesen von der verschneiten Landschaft ab. Plötzlich, von einem jähen Stimmungswandel übermannt, begann Paul, den Schnee mit den Händen zusammenzuschaufeln und bewarf mich damit. Wen solch ein eisiges Geschoss ins Gesicht trifft, der lächzt nach Revanche und die nächsten zwanzig Minuten vergnügten wir uns wie die Kinder bei einer zünftigen Schneeballschlacht, bis der Schnee auf Rasen- und Kiesweg zu Matsch zertrampelt war. Die frühen Abendstunden vergingen teils unter zwanglosem Geplauder im Salon, teils las man oder döste vor sich hin. Im Gegensatz zu der üppigen Mittagstafel mit Gans- und Plumpudding gab es abends nur einen leichten Imbiss, bestehend aus Suppe und Kräuteromelett, der wie gewohnt sehr früh serviert wurde, damit die Seddans rechtzeitig ins Dorf kamen, um mit ihren Freunden zu feiern. Nach Tisch kehrten wir in den Salon im Erdgeschoss zurück. Roland, der das Grammophon angestellt hatte, fasste mich unvermittelt bei den Händen und sagte, »Kommen Sie tanzen!« Das Grammophon war ein neues Modell mit Plattenwechsler und während sich ein Ohrwurm nach dem anderen auf dem Teller drehte, Jeepers, Creepers, Beer, Barrel, Polka, Tiger Rack, Deep Purple, wirbelten wir zu Walzer, Tango, Foxtrott und Quickstep-Klängen durchs Zimmer und bis hinaus in die Halle. Roland war ein vorzüglicher Tänzer. Ich, die seit Alistars Tod nicht mehr getanzt hatte, vergaß im Überschwang von Rhythmus und Bewegung meine Antipathie und überließ mich ganz seiner Führung und den immer raffinierteren Schritt folgen. Doch der Bann war gebrochen, als er mich zu Beginn eines Walzers draußen in der Halle mit diesen Worten an sich zog. »Unser junger Held scheint mir ein wenig bedrückt. Hätte sich vielleicht doch lieber nicht zu dieser Mission gemeldet.« »Was denn für eine Mission?« »Können Sie sich das nicht denken? Mutter Französin, Studium an der Sorbonne, spricht akzentfrei, ist landeskundig, ein Traumkandidat.« »Ich gab keine Antwort, aber ich fragte mich, woher Roland sein Wissen bezog.« »Irgendwann kommt der Moment, in dem diese tapferen Helden begreifen, daß es kein Spiel mehr ist, daß es jetzt zur Sache geht. Statt guter alter Heimaterde hat man plötzlich Feindesland unter sich, kriegt es mit echten Deutschen, echten Kugeln, echten Folterkammern und echtem Schmerz zu tun.« Bevor meine Großmutter sich kurz vor zehn zurückzog, wollte sie Maybrick noch die Münzen aushändigen, die in der Bibliothek im Safe lagen. Da er am nächsten Tag in London zurückerwartet wurde, bat sie ihn, die Sammlung noch am Abend zu begutachten. Roland sprang sofort auf und erbot sich, sie zu begleiten. »Im Radio kommt ein Stück von Edgar Wallace,« wandte Großmutter sich abschließend an Paul. »Vielleicht höre ich mir das an. Es geht bis um elf. Sei so nett und komm mir dann gute Nacht sagen. Aber nicht später.« »Sobald wir allein waren,« meinte Paul, »jetzt gehen wir zur Musik des Feindes über.« und vertauschte die Tanzplatten mit Wagner. Während ich las, holte er ein Kartenspiel aus dem Sekretär und legte eine Passions. Er konzentrierte sich verbissen auf seine Figuren, derweil mir die viel zu laute Wagner-Musik in den Ohren gelte, als in eine Orchesterpause hinein die Stiluhr auf dem Kaminsims elf schlug, schob Paul die Karten zusammen. »Zeit, Großmama, gute Nacht zu sagen. Hast du noch einen Wunsch?« »Nein,« antwortete ich leicht verwundert. »Danke.« Das Einzige, was ich mir wünschte, war nicht so laute Musik und sobald Paul gegangen war, stellte ich dem Plattenspieler leiser. Mein Vetter kam rasch zurück. Als die Polizei mich am nächsten Tag danach fragte, antwortete ich, er sei schätzungsweise drei Minuten weg gewesen. Auf keinen Fall länger. »Großmama möchte dich sprechen,« sagte Paul ruhig. Gemeinsam verließen wir den Salon und durchquerten die Halle, wo meinen auf einmal fast übernatürlich geschärften Sinnen zweierlei auffiel. Eine Beobachtung teilte ich der Polizei mit, die andere behielt ich für mich. Von dem Weihnachtstrauß am Sturz über der Bibliothekstür waren sechs Bären abgefallen, die wie verstreute Perlen auf den gebohnerten Dielen lagen. Und am Fuß der Treppe breitete sich eine kleine Wasserlache aus. Meinem Blick folgend zückte Paul sein Taschentuch und wischte sie auf. »Ich sollte wahrhaftig imstande sein, Großmamas Nachtrunk raufzutragen, ohne ihn zu verschütten.« Meine Großmutter, die unter dem Baldachin ihres Himmelbetts in den Kissen lehnte, wirkte auf einmal nicht mehr furchterregend, sondern schwach und angegriffen, wie eine müde, sehr alte Frau. Ich sah voller Freude, dass sie in meinem Buch gelesen hatte. Es lag aufgeschlagen auf dem runden Nachttisch neben der Tischlampe, ihrem Radio, der eleganten kleinen Uhr, der schlanken, halb gefüllten Wasserkaraffe mit dem übergestülpten Glas und einer Porzellanhand, die aus einer modellierten Rüschenmanschette aufragte und der sie ihre Ränge angesteckt hatte. Großmutter bot mir ihre Hand. Ihre Finger waren schlaff und kalt. Der matte Händedruck, kein Vergleich mit dem zu meiner Begrüßung. Ich wollte dir nur gute Nacht wünschen, meine Liebe, und für dein Kommen danken. Familienfäden sind ein Luxus, den wir uns in Kriegszeiten nicht mehr leisten können. Gerührt beugte ich mich hinunter und küßte sie auf die Stirn, deren Haut sich feucht anfühlte. Doch meine spontane Geste war ein Fehler. Was immer sie von mir wollte, Zuneigung war es nicht. Zurück im Salon erkundigte sich Paul, ob ich Whisky möge. Als ich verneinte, entnahm er dem Barschränkchen eine Flasche für sich, sowie eine Karaffe Rotwein, griff dann wieder nach dem Kartenspiel und erbot sich, mir Poker beizubringen. Und so verbrachte ich die Nachtstunden von etwa zehn nach elf bis fast zwei Uhr morgens mit unzähligen Kartenrunden, Bescheid von Wagner und Beethoven, horchte, während ich das Feuer in Gang hielt auf das Knistern und Fauchen der brennenden Scheite und sah zu, wie mein Vetter einen Whisky nach dem anderen trank, bis die Flasche leer war. Nur weil ich nicht wie eine krittelige Gouvernante dabei sitzen wollte, ließ ich mir schließlich ein Glas Rotwein einschenken. Die Uhr auf dem Kamin Simms hatte Viertel vor zwei geschlagen, als Paul sich endlich aufraffte. Verzeih, Cousine, ab ziemlich einsitzen. Würdest du mir deine Schulter leihen und dann ab ins Bett schlafen, vielleicht auch träumen? Langsam mühten wir uns die Treppe hinauf. Oben angekommen, lehnte er sich an die Wand, während ich ihm die Tür öffnete. Sein Atem roch nur ganz leicht nach Whisky. Auf mich gestützt, torkelte er ins Zimmer und fiel wie ein Stein ins Bett. Am nächsten Morgen um acht brachte Mrs. Seddon mir den Tee und schaltete das elektrische Heizgerät ein, bevor sie sich mit einem ausdruckslosen »Guten Morgen, Madame« zurückzog, als ich verschlafen den Arm ausstreckte, um mir die erste Tasse einzugießen, flog nach einem hastigen Klopfen die Tür auf und Paul stürmte herein. Er war bereits angekleidet und wirkte zu meinem Erstaunen kein bisschen verkatert. »Hast du Maverick heute Morgen schon gesehen?« »Ich bin eben erst aufgewacht.« »Mrs. Seddon sagt, sein Bett sei unberührt gewesen. Ich habe das ganze Haus abgesucht, konnte ihn aber nirgends finden. Ach und die Tür zur Bibliothek ist abgeschlossen.« Pauls Erregung war ansteckend. Er half mir in den Morgenrock und nach kurzem Besinnen entschied ich mich, statt in meine Pantoffeln zu schlüpfen, für die Straßenschuhe. »Wo ist der Schlüssel zur Bibliothek?« fragte ich. »Steckt von innen. Wir haben nur den einen.« In der Halle war es schummerig, selbst als Paul das Licht anknipste. Und die abgefallenen Mistelbeeren von dem Strauß über der Bibliothekstür schimmerten immer noch milchweiß auf dem dunklen Holzfußboden. Ich drehte am Türknauf, bückte mich und spähte durchs Schlüsselloch. Paul hatte recht. Der Schlüssel steckte. »Wir können von der Terrasse aus rein. Nur müssen wir vielleicht eine Scheibe einschlagen.« Durch eine Tür im Nordflügel gelangten wir ins Freie. Die kalte Luft prickelte auf meinem Gesicht. In der Nacht hat es Frost gegeben und die dünne Schneedecke war noch frisch verharscht, bis auf die Stelle, wo Paul und ich am Vortag herumgetollt waren. Vor der Bibliothek erstreckte sich eine knapp zwei Meter breite Terrasse, von der aus man über einen Kiesweg in den Garten gelangte. Die doppelte Fußspur war deutlich zu erkennen. Jemand war über die Terrasse in die Bibliothek eingedrungen und hatte sie auf demselben Weg wieder verlassen. Meiner Schätzung nach stammten die großen, etwas unförmigen Fußabdrücke von einem Paar abgelaufener Gummistiefel. Die erste Spur war teilweise von der zweiten überlagert. »Gib Acht, dass du da nirgendwo reintrittst. Wir halten uns am besten dicht an der Mauer.« Die Terrassentür war zu, aber nicht abgeschlossen. Den Rücken an die Scheibe gepresst, tastete Paul sich vor, öffnete die Tür einen Spalt breit und schlüpfte hinein. Ich folgte ihm durch den Schlitz in die Verdunkelung und dann durch den schweren Brokatvorhang, den er mir aufhielt. Die einzige Lichtquelle im Raum war eine Leuchte mit grünem Schirm, die auf dem Schreibtisch stand. Mein Herz raste, während ich ungläubig und doch wie gebannt darauf zuschritt. Hinter mir schlug Paul lautraschelnd die doppelten Vorhänge zurück. Im je hereinflutenden, hellen Morgenlicht, vor dem der grüne Lampenschirm verblasste, wurde das, was da über die Tischplatte hingestreckt lag, erschreckend sichtbar. Der Schlag, der Roland Maybrick getötet hatte, war mit so ungeheurer Kraft geführt worden, dass er ihm den Schädel gespalten hatte. Seine Arme ruten, seitwärts ausgestreckt auf dem Tisch. Die linke Schulter hing nach unten, als ob auch sie einen Schlag abbekommen hätte, und die Hand war nunmehr ein grässlicher Klumpen geborstener Knochen in einem Brei aus geronnenem Blut. Das Zifferblatt seiner schweren, goldenen Armbanduhr war zertrümmert, und winzige Glassplitter funkelten wie Diamanten auf dem Tisch. Einige der Münzen waren auf den Teppich gerollt, und die übrigen lagen von der Wucht der Schläge durcheinandergewirbelt auf dem Schreibtisch verstreut. Ich hob den Blick und vergewisserte mich, dass der Schlüssel tatsächlich von innen steckte. Paul starrte auf die kaputte Armbanduhr. Halb elf. Entweder ist das die Todeszeit, oder man will es uns glauben machen. Neben der Tür stand ein Telefon, und ich rührte mich nicht vom Fleck, während Paul sich mit der Polizei verbinden ließ. Anschließend sperrte er die Tür auf, und wir traten hinaus in die Halle. Paul schloss hinter uns ab, und als er den Schlüssel, der sich so geräuschlos gedreht hatte, als sei das Schloss frisch geölt gewesen, einsteckte, sah ich, dass wir ein Paar der abgefallenen Mistelbären zertreten hatten. Eine halbe Stunde später traf Inspektor George Blandy ein. Er war unverkennbar ein Landmensch, kräftig gebaut und mit einem dichten Blondschopf, der wie ein Strohdach über seinem kantigen, wettergegärbten Gesicht saß. Es war nicht auszumachen, ob er sich immer so langsam bewegte und seine Worte so umständlich wählte, oder ob er sich bloß noch nicht von der weihnachtlichen Völlerei erholt hatte. Kurz darauf erschien der Polizeichef der Grafschaft persönlich. Paul hatte mir schon von ihm erzählt. Sir Rouse Armstrong war ein ehemaliger Kolonialgouverneur, deutlich jenseits der Pensionsgrenze und einer der letzten Chief Constables alter Schule. Der hochgewachsene Mann mit dem grüblerischen Adlersgesicht begrüßte als erstes meine Großmutter, die er mit dem Vornamen anredete. Mit der ernsten, verschwörerischen Miene dessen, der in einer ebenso dringlichen wie heiklen Familienangelegenheit zu Rate gezogen wird, folgte er ihr nach oben in ihren Privatsalon. Inspektor Blandy wirkte in seiner Gegenwart etwas gehemmt und mir war ziemlich klar, wer hier in Wahrheit die Ermittlungen leiten würde. Wenn Sie das jetzt für Agatha Christie pur halten, kann ich Ihnen nur beipflichten. Genauso ist es mir damals auch vorgekommen. Doch man vergisst leicht, wie viel, abgesehen von der Mordrate, das England meiner Mutter, und Dame Agathas abgründige Idylle miteinander gemeinsam hatten. Auch, dass die Leiche in der Bibliothek gefunden wurde, jenem verhängnisvollsten Schauplatz der britischen Unterhaltungsliteratur, scheint mir durchaus angemessen. Der Tote konnte erst weggebracht werden, wenn der Polizeiarzt ihn untersucht hatte. Der aber wirkte als Leihendarsteller beim Weihnachtsmärchen in der nahen Kreisstadt mit und es dauerte, ihn aufzuspüren. Dr. Bywaters war klein und rundlich, ein rothaariger und rotgesichtiger Wichtigtuer. Seine angeborene Reizbarkeit hätte sich wohl über kurz oder lang Bahn gebrochen, wäre es bei dem Verbrechen nicht um ein so gewichtiges wie Mord und bei dem Tatort um einen weniger distinguierten als Dudley Männer gegangen. Paul und ich wurden taktvoll aus der Bibliothek hinaus komplimentiert, während Dr. Bywaters seine Untersuchung vornahm. Meine Großmutter hatte es ohnehin vorgezogen, oben in ihrem Zimmer zu bleiben. Obwohl die Settins mit der Zubereitung und dem Servieren von Sandwiches und unzähligen Tassen Tee und Kaffee auf Trab gehalten wurden, schienen sie gestärkt durch das Bewusstsein eines unanfechtbaren Alibis gleichwohl zum ersten Mal guter Dinge. Rowlands Weihnachtsgaben fanden regen Zuspruch, woran er, um ihm Gerechtigkeit wiederfahren zu lassen, gewiss seinen Spaß gehabt hätte. Schwere Schritte stapften in der Halle auf und ab, Autos kamen und fuhren wieder weg, es wurde viel telefoniert. Die Polizei vermaß, konferierte, fotografierte. Paul und ich beobachteten vom Salonfenster aus, wie der verhüllte Leichnam schließlich auf einer Bahre in einen ominösen schwarzen Kleinlaster gehievt wurde. Zuvor hatte man unsere Fingerabdrücke genommen, um sie, wie die Polizei erklärte, von denen aus zu sondern, die auf dem Schreibtisch sichergestellt wurden. Es war ein merkwürdiges Gefühl, als der Beamte meine Fingerkuppen mit sanftem Druck auf eine Art Stempelkissen presste. Natürlich hatte man uns auch vernommen, einzeln und gemeinsam. Ich erinnere mich noch, wie ich Inspektor Blandy im Salon gegenüber saß. Seine massige Gestalt in einen der Lehnsessel gezwängt, die stämmigen Beine in den Teppich gepflanzt, ging er gewissenhaft jedes Detail des ersten Weihnachtstages mit mir durch. Erst da wurde mir bewusst, dass ich fast jede Minute davon in Gesellschaft meines Vetters verbracht hatte. Abends um halb acht war die Polizei immer noch im Haus. Paul lud den Chief Constable zum Essen ein. Und wenn Sir Rouse ablehnte, dann wohl weniger aus Scheu davor, mit möglichen Verdächtigen das Brot zu brechen, sondern weil es ihn zurück zu seinen Enkelkindern zog. Bevor er ging, stattete er meiner Großmutter noch einen längeren Besuch ab und kam anschließend hinunter in den Salon, um auch uns über die Ermittlungsergebnisse dieses ersten Tages in Kenntnis zu setzen. Ich fragte mich, ob er ebenso entgegenkommend gewesen wäre, wenn es sich bei dem Opfer um einen Landarbeiter und beim Tatort um die Dorfkneipe gehandelt hätte. Er trug seinen Bericht im selbstzufriedenen Staccato eines Mannes vor, der überzeugt ist, gute Arbeit geleistet zu haben. Werde Scotland Yard nicht hinzuziehen. Vor acht Jahren, bei unserem letzten Mord, hatte ich sie dabei, war ein großer Fehler, haben nur die Bevölkerung aufgescheucht. Eindeutiger Fall diesmal. Opfer wollte noch entkommen, wurde aber über den Schreibtisch hinweg durch einen einzigen mit großer Kraft geführten Schlag getötet. Tatwaffe, ein schwerer, stumpfer Gegenstand. Schädeldecke ging zu Bruch, geringe Blutung, na, Sie haben's ja gesehen. Maybrick war 1,85, demnach dürfte unser Mörder ziemlich groß sein. Ist durch die Terrassentür eingedrungen und auf demselben Weg entflohen. Fußabdrücke geben nicht viel her, zu sehr verwischt. Aber dass die eine Spur die andere überlagert, sieht man deutlich. Könnte sich um ein Gelegenheitsdieb handeln. Ein Deserteur vielleicht, wir hatten da in letzter Zeit ein, zwei Fälle. Als Tatwerkzeug käme, nach Reichweite und Gewicht, ein Maybrick vor dem Zu-Bett-Gehen übernehmen. Wegen der Verdunkelung konnte der Täter nicht erkennen, dass in der Bibliothek noch jemand war. Hat vermutlich sein Glück an der Tür versucht, kam rein, sah einen blinkenden Haufen Geld und tötete fast wie im Reflex. Aber warum hat er die Münzen da nicht mitgehen lassen? fragte Paul, weil er gemerkt hat, dass es Sammlerstücke sind, schwer loszuschlagen. Oder er hat Angst bekommen, vielleicht ein Geräusch gehört. Und die verschlossene Tür zur Halle? forschte Paul weiter. Täter sah den Schlüssel und nutzte die Gelegenheit, damit niemand die Leiche entdeckte, bevor er außer Reichweite war. Der Chief Constable hielt inne, und seine Züge nahmen einen listigen Ausdruck an, der nicht so recht zu seinem etwas hochmütigen Adlergesicht passen wollte. Andere Möglichkeit wäre, dass Maybrick sich selber eingeschlossen hat. Erwartete einen heimlichen Besucher und wollte nicht gestört werden. Dazu eine Frage, mein Junge. Ziemlich heikel. Wie gut kannten Sie Maybrick? Nur flüchtig. Er ist ein fetter zweiten Grades. Sie haben ihm vertraut? Nichts für ungut, aber... Wir hatten keinen Grund, ihm zu misstrauen. Andernfalls hätte meine Großmutter ihn nicht beauftragt, die Münzen für sie zu verkaufen. Roland gehört zur Familie. Ein entfernter Verwandter, aber eben doch ein Familienmitglied. Natürlich. Die Familie. Der Chief Constable machte eine Pause. Dann fuhr er fort. Denkbar wäre auch, jemand hat den Überfall inszeniert und das Spiel zu weit getrieben. Maybrick könnte den Diebstahl mit einem Komplizen zusammen geplant haben. Werde Scotland Jahrt veranlassen, sein Londoner Umfeld zu durchleuchten. Ich war versucht einzuwenden. Ein vorgetäuschter Anschlag, bei dem das scheinbare Opfer mit zermatschtem Schädel auf der Strecke bleibt, wäre ja wohl maßlos übertrieben. Aber ich schwieg. Der Chief Constable konnte mich zwar kaum aus dem Salon verweisen, schließlich war ich bei der Entdeckung der Leiche zugegen gewesen, doch ich spürte seine Vorbehalte gegen meine unverhohlene Neugier. Eine junge Frau, die wußte, was sich gehört, wäre dem Beispiel meiner Großmutter gefolgt und hätte sich diskret zurückgezogen. Wundern Sie sich nicht über die zertrümmerte Uhr? Der tödliche Hieb wirkte so gezielt und präziser. Aber dann schlägt der Täter noch einmal zu und zerschmettert die Hand. Wollte er damit den genauen Todeszeitpunkt festhalten? Und wenn ja, warum? Oder hat er die Uhr verstellt, bevor er sie zerschlug? Könnte Maverick auch später gestorben sein? Der Chief Constable begegnete diesen laienhaften Gedankenspielen mit Nachsicht. Ein bisschen weit hergeholt, mein Junge. Ich glaube, wir können die Todeszeit ziemlich exakt bestimmen. Zwischen zehn und elf hat Bywaters anhand der Leichenstarre ermittelt. Außerdem wissen wir ja nicht, in welcher Reihenfolge der Mörder zugeschlagen hat. Könnte auch erst Hand und Schulter getroffen haben und dann den Kopf. Oder er hat auf den Kopf gezielt, danach aber in wilder Panik um sich geschlagen. Wirklich schade, dass Sie nichts gehört haben. Das Grammophon lief ziemlich laut. Und Wände und Türen hier im Haus sind sehr stabil. Und so ab halb zwölf hätte ich, ehrlich gestanden, ohnehin nicht mehr viel mitbekommen. Als Sir Rouse sich erhob und zum Gehen wandte, brachte Paul noch eine Bitte vor. Ich möchte die Bibliothek gerne wieder nutzen, sofern Ihre Ermittlungen dort abgeschlossen sind, oder möchten Sie die Tür versiegeln? Nein, nicht nötig, mein Junge. Wir haben soweit alles. Außer Fingerabdrücke, womit auch nicht zu tragen, aber die Waffe hat er wohl mitgenommen. Das Haus wirkte sehr still, nachdem die Polizei abgezogen war. Meine Großmutter ließ sich ihr Abendessen oben auf ihrem Zimmer servieren und Paul und ich begnügten uns, vielleicht aus Scheu vor dem leeren Stuhl im Esszimmer, mit Suppe und Sandwiches im Salon. Ich war schöpft, ruhelos und auch ein bisschen verängstigt. Über den Mord mir geholfen. Doch Paul wehrte müde ab. Lass es gut sein. Für einen Tag haben wir genug über den Tod geredet. Also saßen wir schweigend beieinander. Ab 20 vor 8 kam ein Konzertprogramm im Radio. Billy Cutton und seine Band, das BBC Symphonieorchestra unter Adrian Bolt. Nach den 9 Uhr Nachrichten meinte Paul, er wolle lieber mal nachsehen, ob Sadden auch überall abgeschlossen hätte. Kaum war er gegangen, stand ich auf und begab mich wie aus einer Eingebung heraus durch die Halle zur Bibliothek. Behutsam, als fürchtete ich, Roland säße immer noch am Schreibtisch und sortierte mit gierigen Fingern die Münzen, drehte ich den Türknauf und trat ein. Die Verdunkelungsvorhänge waren zugezogen. Statt nach Blut roch es nach alten Büchern. Der leergeräumte Schreibtisch war nicht furchterregend, sondern ein ganz gewöhnliches Möbelstück. Der Stuhl stand ordentlich an seinem Platz. Überzeugt, dass der Schlüssel zu dem Fall sich hier in diesem Raum befände, blieb ich einen Moment auf der Schwelle stehen. Dann trieb mich die Neugier an den Schreibtisch. Zu beiden Seiten befanden sich je eine tiefe Schublade mit zwei flacheren darüber. Links war das große Fach so vollgestopft mit Akten und Papieren, dass ich es kaum aufbekam. Das Pendant auf der rechten Seite war völlig leer. In der flachen Schublade darüber stapelten sich Rechnungen und Belege. Beim Durchblättern fand ich die Quittung eines Londoner Münzkontors, ausgestellt vor fünf Wochen, über einen Ankauf im Wert von 3200 Pfund. Da ich sonst nichts Interessantes entdecken konnte, schloss ich die Schublade und machte mich daran, die Entfernung zwischen Schreibtisch und Terrassentür abzuschreiten. Während ich noch dabei war, öffnete sich fast lautlos die Tür und ich sah meinen Vetter vor mir. Er trat unbefangen näher und fragte leicht hin. Was machst du da? Soll das eine Art Exorzismus gegen das Grauen werden? So Einen Moment lang standen wir uns schweigend gegenüber. Dann ergriff Paul meine Hand und zog sie durch seinen Arm. Verzeih, Cousine, das war ein scheußlicher Tag für dich und dabei wollten wir doch nur ein friedliches Weihnachtsfest bereiten. Ich gab keine Antwort, doch ich spürte seine Nähe, die Wärme seines Körpers, die Kraft, die von ihm ausging. Während wir uns gemeinsam zur Tür wandten, dachte ich, ohne es auszusprechen, ging es euch wirklich darum, mir ein friedliches Weihnachtsfest zu bereiten? War das alles? Seit mein Mann gefallen war, litt ich an Schlafstörungen und so lag ich auch jetzt mit steifen Gliedern unter dem Baldachin meines Himmelbetts, ließ diesen außergewöhnlichen Tag Revue passieren und versuchte aus all den Ungereimtheiten, den kleinen Zwischenfällen und Indizien, ein stimmiges Muster zusammenzufügen, kurz, aus Unordnung Ordnung zu schaffen. Das ist es, wie mir scheint, was ich mein Leben lang habe tun wollen. Jene Nacht in Stardley stellte die Weichen für meine gesamte Laufbahn. Roland war um halb elf durch einen einzigen Schlag über einen gut einen Meter breiten Schreibtisch hinweg getötet worden. Mein Vetter, den ich den ganzen Tag kaum aus den Augen verloren hatte, war auch abends um halb elf mit mir zusammen gewesen. Ich hatte ihm ein unanfechtbares Alibi geliefert, aber war ich nicht eigens dafür eingeladen worden? Hatte man mich nicht mit dem Versprechen auf Frieden, Ruhe, gutes Essen und guten Wein, genau das, wovon eine frisch zu den Streitkräften eingezogene junge Witwe träumt, nach Stardley Männer gelockt? Das Opfer war ebenfalls geködert worden, in seinem Fall mit der Aussicht, beim Verkauf einer wertvollen Münzsammlung eine stattliche Provision zu kassieren. Aber die Münzen, von denen man mir erzählt hatte, dass die Familie sie notgedrungen veräußern müsse, waren in Wirklichkeit erst vor fünf Wochen erstanden worden, fast unmittelbar, nachdem ich die Einladung meiner Großmutter angenommen hatte. Ich überlegte kurz, wieso man die Quittung nicht vernichtet hatte. Doch die Antwort war rasch gefunden. Man brauchte den Beleg, um die Münzen, die nun ihren Zweck erfüllt hatten, rückverkaufen und die 3200 Pfund wieder einbringen zu können. Im Übrigen hatte man nicht nur mich benutzt. Die Nacht vom ersten auf den zweiten Weihnachtstag war die einzige Nacht, die der Butler und die Köchin mit Sicherheit außer Haus verbrachten. Auch die Polizei würde die ihr zugewiesene Rolle verlässlich spielen. Der ehrliche und pflichtbewusste Inspektor, der in des keine Leuchte war und obendrein gehemmt in Gegenwart seines Vorgesetzten sowie durch den Respekt vor einer alteingesessenen Familie von Stand. Der Chief Constable, ein Mann, jenseits des Pensionsalters und nur kriegsbedingt weiter im Dienst, in Mordfällen unerfahren, zudem ein Freund der Familie und der Letzte, der den hiesigen Gutsherrn eines brutalen Mordes verdächtigt hätte. Das Muster nahm Gestalt an, fügte sich zu einem Bild und dieses Bild hatte ein Gesicht. Im Schublade zu Stiefel damit Roland sie prüfen kann, bevor er am nächsten Morgen abreist. X kann sicher sein, dass Roland um halb elf in der Bibliothek am Schreibtisch sitzen wird. Lautlos verschafft er sich Zutritt, nimmt den Schlüssel an sich und versperrt leise die Tür von innen. Die Waffe führt er bei sich und hat sie in Reichweite irgendwo im Raum versteckt. X tötet sein Opfer, zerschlägt die Uhr, um die Tatzeit festzuhalten, vertauscht seine Schuhe mit den Gummistiefeln, entriegelt die Terrassentür und öffnet sie so weit wie möglich. Dann nimmt er vom anderen Ende der Bibliothek her kräftig Anlauf und springt hinaus in die Dunkelheit. Um die 1,80 Meter breite Schneefläche zu überwinden und auf dem Kiesweg zu landen, müsste X jung, gesund und sportlich sein. Aber all das ist er ja. Fußspuren auf dem Kiesweg sind nicht zu befürchten. Den Schnee dort haben wir bei unserer nach mit täglichen Tollerei gründlich zertrampelt. X legt eine erste Fußspur zur Terrassentür und nachdem er diese geschlossen hat, markiert er die zweite Spur so, dass sie die erste teilweise überdeckt. Fingerabdrücker am Türknauf braucht er nicht zu scheuen. Die Seinen dürfen sich mit Fug und Recht darauf befinden. Anschließend gelangt er durch eine unverschlossene Seitentür ins Haus zurück, zieht seine Schuhe wieder an und stellt die Gummistiefel an ihren Platz unter dem Portal. Auf dem Weg durch die Halle hat sich ein Klümpchen Schnee von den Stiefeln gelöst und ist auf dem Fußboden geschmolzen. Wie sonst sollte die kleine Wasserlache dorthin gekommen sein? Die Behauptung meines Vetters, sie stammte aus Großmutters Wasserkaraffe, war jedenfalls eine glatte Lüge. Die Karaffe hatte halbvoll mit überstülptem Glas neben Großmutters Bett gestanden. Um daraus etwas zu verschütten, hätte der Überbringer schon stolpern und hinfallen müssen. Und jetzt gab ich dem Mörder endlich einen Namen. Aber wenn mein Vetter Roland getötet hatte, wie passte das in den zeitlichen Rahmen? Paul war nicht länger als drei Minuten weg gewesen, um unserer Großmutter gute Nacht zu sagen. Reichte das aus, um die Waffe zu holen, sich in die Bibliothek zu schleichen, Roland umzubringen, die Fußspuren zu legen, die blutige Waffe zu säubern, sich ihrer zu entledigen und ganz gefasst in den Salon zurück zu kehren, um mir auszurichten, ich werde oben verlangt? Doch angenommen, Dr. Bywaters hätte sich geirrt, sich durch die geborstene Uhr zu einer übereilten Diagnose verleiten lassen. Angenommen, Paul hätte die Uhr verstellt, bevor er sie zerschlug, und der Mord wurde in Wahrheit viel später verübt. Aber nein, der medizinische Befund war eindeutig, der Tod konnte nicht erst nachts um halb zwei eingetreten sein, und wenn doch, wäre Paul da schon viel zu betrunken gewesen, um einen so gezielten Schlag zu führen. Aber war er tatsächlich betrunken? Oder war auch das nur vorgespielt? Bevor er die Flasche holte, hatte er sich vergewissert, dass ich keinen Whisky trank, und ich erinnerte mich, dass sein hatte. Trotzdem, an der Tatzeit war nicht zu rütteln. Paul konnte Roland Maybrick unmöglich getötet haben. Doch angenommen, er wäre nur der Anstifter gewesen, und ein anderer hätte die Tat begangen. Vielleicht ein Offizierskamerad, den Paul heimlich hereingeschmuggelt und irgendwo in dem weitläufigen Haus versteckt hatte, und der sich um halb elf herunterschlich und Maybrick umbrachte, während ich meinem Vetter sein Alibi verschaffte und die wogenden Wagner-Klänge die Schläge in der Bibliothek übertönten. Nach vollbrachtem Mord verließ der Unbekannte den Tatort mitsamt der Waffe und verbarg den Schlüssel zwischen Stechpalmen und Misteln über der Tür, wobei unbemerkt ein paar Bären abfielen und auf die Dielen kullerten. Dann war Paul gekommen, hatte, ohne die Bären am Boden zu zertreten, den Schlüssel an sich genommen, die Bibliothekstür von innen versperrt, den Schlüssel stecken lassen und dann, genau so, wie ich es mir zuvor ausgemalt hatte, die fingierten Spuren im Schnee gelegt. Ein Szenario mit Paul als Komplizen des eigentlichen Mörders warf eine Reihe unbeantworteter Fragen auf, aber unmöglich war es nicht. Ein Armeegefährte würde über das nötige Geschick und den entsprechenden Wagemut verfügen. Vielleicht, dachte ich erbittert, hatten sie es wie eine Art Exerzierübung betrachtet. Als ich endlich versuchte, zur Ruhe zu kommen und einzuschlafen, hatte ich eine Entscheidung getroffen. Morgen würde ich das nachholen, was die Polizei bei ihrem flüchtigen Streifzug versäumt hatte. Ich würde die Tatwaffe suchen. In der Rückschau kommt es mir so vor, als hätte ich keinen besonderen Abscheu gegen die Tat empfunden. Jedenfalls sah ich mich nicht genötigt, die Polizei einzuweihen. Was nicht nur daran lag, dass ich meinem Vetter zugetan war, Maybrick dagegen nicht ausstehen konnte. Nein, ich glaube, es hing eher mit dem Krieg zusammen. Solange überall auf der Welt anständige Menschen ihr Leben lassen mussten, verlor die Tatsache, dass hier dieser eine abstoßende Mann getötet worden war, irgendwie an Gewicht. Heute weiß ich, dass der Gedankengang falsch war. Mord sollte niemals entschuldigt oder billigend in Kauf genommen werden. Trotzdem bereue ich mein Verhalten nicht, denn es sollte auch kein Mensch durch den Strang sterben müssen. Ich erwachte noch vor Tagesanbruch. Da es wenig Sinn hatte, bei künstlichem Licht auf die Suche zu gehen und ich auch kein Aufsehen erregen wollte, fasste ich mich in Geduld. Ich blieb im Bett, bis Mrs. Seddon kam und mir den Tee brachte, nahm mein Bad, zog mich an und ging kurz vor neun zum Frühstück hinunter. Mein Vetter war nicht da. Mrs. Seddon sagte, er habe den Wagen zur Wartung ins Dorf gebracht. Das war die Gelegenheit, auf die ich gewartet hatte. Mein Streifzug führte mich in eine kleine Rumpelkammer unterm Dach, die so vollgestopft war, dass ich über Schrankkoffer, Blechbehälter und alte Truhen klettern musste, um mit der Suche zu beginnen. In einer Lattenkiste fand sich eine Garnitur ramponierter Cricket-Schläger und Bälle, so verstaubt, dass sie seit dem letzten Dorfmatch der Enkelsöhne bestimmt nicht mehr benutzt worden waren. Ich stieß an ein prachtvolles, aber traurig zugerichtetes Schaukelpferd, das sich ächzend in Bewegung setzte, verhärtete mich in den aufgestapelten Blechgleisen einer Modelleisenbahn, verknackste mir den Knöchel an einer großen Arche Noah. Vor dem einzigen Fenster stand ein länglicher Holzkasten. Als ich den Deckel öffnete, wirbelte Staub auf. Unter einer Lage braunen Packpapiers kamen sechs Crockett-Schläger, nebst Bällen und Toren zum Vorschein. Mit seinem langen Griff wäre so ein Crockett-Schläger wohl als Waffe in Frage gekommen, nur waren die hier offensichtlich seit Jahren unberührt. Ich klappte den Deckel wieder zu und suchte weiter. In einer Ecke lehnten zwei Golftaschen und als ich sie näher in Augenschein nahm, war ich am Ziel. Eins der Hölzer stach von den übrigen Schlägern ab. Sein Kopf war blitzblank. Gleich darauf hörte ich Schritte und als ich mich umwandte, stand mein Vetter an der Tür. Bestimmt konnte man mir das Schuldbewusstsein vom Gesicht ablesen, aber Paul wirkte völlig unbekümmert. Kann ich dir behilflich sein? Nein, nein, ich habe nur was gesucht. Und hast du es gefunden? Ja. Ich glaube schon. Paul trat über die Schwelle, schloss die Tür, lehnte sich dagegen und fragte beiläufig, Hast du Roland Mabrick gemocht? Nein. Nein, ich mochte ihn nicht, aber ihn nicht zu mögen ist kein Grund, ihn umzubringen. Nein, das ist kein Grund, nicht wahr? Aber da gibt es etwas, das du über ihn wissen solltest. Mabrick war schuld am Tod meines Bruders. Du meinst, er hat ihn umgebracht? Nicht so direkt, nein. Er hat ihn erpresst. Charles war homosexuell, Mabrick kam dahinter und ließ sich sein Schweigen bezahlen. Charles hat Selbstmord verübt, weil er es nicht ertragen konnte, sich ein Leben lang zu verstellen, Mabrick ausgeliefert zu sein, wohlmöglich dieses Anwesen hier zu verlieren. Er hat einen würdigen Tod vorgezogen. In der Rückschau muss ich mir bewusst machen, wie sehr sich die gesellschaftlichen Ansichten in den 40er-Jahren des 20. Jahrhunderts von den heutigen unterscheiden. Inzwischen wäre es kaum vorstellbar, dass jemand aus solchen Beweggründen sein Leben opfert. Damals hörte ich Pauls Geschichte in der traurigen Gewissheit, dass er die Wahrheit sprach. Hat Großmutter gewusst, dass Charles homosexuell war? Fragte ich. Aber ja, Frauen ihrer Generation kann man kaum etwas verheimlichen. Früher oder später erraten sie es doch. Und Großmama liebte Charles über alles. Verstehe. Danke für deine Offenheit. Ich nehme an, wenn du deinen ersten Einsatz angetreten hättest, solange Roland Maybrick noch gesund und munter war, hätte sich draußen das Gefühl geplagt, etwas Wichtiges nicht zu Ende gebracht zu haben. Wie klug du doch bist, Cousine, und wie gut du die Dinge auf den Punkt bringst. Genauso wäre es mir vorgekommen, als ob ich meine Aufgabe nicht zu Ende gebracht hätte. Er hielt kurz inne und fragte dann, was hast du eigentlich hier gemacht? Ich zog mein Taschentuch heraus und blickte ihm ins Gesicht, dieses Gesicht, das dem meinem so verstörend ähnlich sah. Ich habe nur die Golfschläge abgestaubt, sagte ich. Zwei Tage später reiste ich ab. Wir sprachen nie wieder über Maybricks Tod. Die Ermittlungen verliefen im Sande. Ich hätte meinen Vetter fragen können, wie er es gemacht hatte. Doch ich fragte nicht. Jahrelang glaubte ich, dass die ganze Wahrheit nie ins Licht kommen würde. Ach, mein Vetter starb in Frankreich. Gott sei Dank nicht in den Verhör Kellern der Gestapo, sondern durch einen Schuss aus dem Hinterhalt. Ich fragte mich, ob sein Komplize davon gekommen oder ob er mit Paul gefallen war. Meine Großmutter lebte fortan allein auf Studley Manor. und vermachte das Anwesen, als im Alter von 91 Jahren starb, einer Stiftung für bedürftige Damen von Stand, die es wahlweise als Wohnheim weiterführen oder zu Geld machen konnte. Niemals hätte ich gedacht, dass sie sich ausgerechnet eine solche Organisation als Erben aussuchen würde. Die Stiftung verkaufte. Großmutters einzige Hinterlassenschaft an mich waren die Bücher in ihrer Bibliothek. Die meisten davon habe auch ich schließlich veräußert, aber zunächst einmal fuhr ich nach Studley, um die Bestände zu sichten und zu entscheiden, was ich behalten wollte. Eingeklemmt zwischen zwei dicken Wälzern mit trockenen Predigtexten aus dem 19. Jahrhundert entdeckte ich ein Fotoalbum. Am selben Schreibtisch, an dem Roland Maybrick ermordet worden war, schlug ich es auf und betrachtete lächelnd die Sepia-Aufnahmen hochbusiger Damen mit geschnürter Taille und ausladenden, mit blumengarnierten Hüten. Und dann, als ich eine der steifen Pappseiten umblätterte, sah ich plötzlich meine Großmutter als junge Frau vor mir. Soweit man es erkennen konnte, trug sie auf dem Kopf ein albernes kleines Käppchen im Jockey-Stil. Und der Golfschläger in ihrer Hand wirkte so selbstverständlich wie ein Sonnenschirm. Neben der Fotografie stand in Schönschrift ihr Name und darunter der Vermerk Siegerin des County Damen Golfturniers 1868. 90